Die ungefährdeten Schätze Ugo, der königliche Rat, begab sich zum Erhabenen. Dort angelangt, begrüßte er ehrfurchtsvoll den Erhabenen. Darauf setzte er sich zur Seite nieder und sprach zum Erhabenen, »Wunderbar ist es, o Ehrwürdiger, erstaunlich ist es, wie reich, hochbegütert, hochvermögend doch dieser Migaro, der Verwandte des Rohano, ist. Wie reich Ugo ist denn wohl Migaro, der Verwandte des Rohano? Wie groß sind seine Schätze, wie groß seine Güter? Zehn Millionen in Gold, o Ehrwürdiger, ganz vom Silber zu schweigen. Diesen Schatz besitzt er wohl, Ugo, und nicht behaupte ich, dass es nicht so sei. Doch dieser Schatz, Ugo, ist gefährdet durch Feuer, Wasser, Fürsten, Räuber und unliebsame Erben. Folgende sieben Schätze aber, Ugo, sind nicht gefährdet durch Feuer, Wasser, Fürsten, Räuber und unliebsame Erben. Welche sieben? Der Schatz des Vertrauens, der Sittlichkeit, des Schamgefühls, des Schamgefühls, des Gewissens, des Wissens, der Freigebigkeit und der Einsicht. Diese sieben Schätze, Ugo, sind nicht gefährdet durch Feuer, Wasser, Fürsten, Räuber und unliebsame Erben. Schatz des Vertraures